Moin Leute! Das ist Stingstar, mein Connect wieder. Moin. Und hier. Kannst du mir meine Eisenspitzhacke wiedergeben? Nein, die ist fast kaputt. Ich mache uns gerade noch eine neue. Mach das. Ähm, ich... Ja, töte mal ein paar Mops, damit ich was verzaubern kann. Wir haben doch gar keinen Verzauberungstisch. Wie würdest du was verzaubern? Dann bereuen wir doch keinen Verzauberungstisch. Weil... Ich glaube, du hast eins gemacht. Nein, ich habe Verzauberung, was anderes. Die anderen Verzauberung. Meine Güte. Ist selber nicht auf MTS und fragt, ob wir MTS sind. Ja, selber gucken, ne? Sind gerade schon... Ich glaube, der wollte heute einen Livestream machen. Deswegen... Macht der auch gerade. Ist ja gerade dabei. Oder? Ich weiß nicht, ob der gerade eine machen ist. Hatte doch gerade geschrieben. Äh, was wollte ich gerade machen? Äh, äh... Ja, genau. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, also... Ja, doch, keine Ahnung. Ja, wir haben erst seit zwei Minuten oder so. Ich fahre mal Weizen ab, ne? Kann's machen. Weizen brauchen wir sowieso nicht. Wir brauchen einfach nur Karotten. Ich geh mal wieder ein bisschen Wien. Okay, wo war das denn nochmal? Hier oder so, oder? Ja. Du bist auch gerade in der Mine. Beim Spalt bin ich. Aber gerade laber. Morgen. Morgen. Moin. Moin. Ey, weißt du was? Ich mache gerade Pause im Livestream. Weißt du, was das Peinlichste in meiner zweiten Aufnahme ist? Was? Es sieht so aus, als wenn ich einen Jeep-Mode anhatte, weil ich vergessen habe, auch einen Jeep-Mode umzuschalten, ja? Ja. Aber ich habe ja gar keine OP-Rechte mehr. Lol. Es läuft auf jeden Fall. Ich bin so dumm, aber in der ersten Folge hatte ich es eingestellt. Ich weiß nicht, warum ich das umgestellt hatte. Ob das, weil ich Peete Beast Beast neu installiert hatte oder so? Ja. Deswegen, ja. Ja, ich habe es gar nicht mehr, aber egal. Ich hatte eh keine OP-Rechte, also ist das ja nicht so schlimm, denke ich. Nee, ist nicht schlimm. Ich habe mich halt eh schon längst ge-deopt gehabt und deswegen. Macht auch keinen Spaß, wenn ich cheaten würde. Ja, macht sowieso keinen Spaß bei Cheaten. Ja, gut, ich starte dann mal wieder in Stream. Ja, ja, wir sind auch gerade mit einer Aufnahme. Ja. Wie lange dauert dein Stream noch? Äh, ca. eine Viertelstunde, nur dann bin ich fertig. Ja, gut, dann ist unser Aufnahme, also unsere Aufnahme auch schon vorbei. So, Leute, dann sind wir wieder zurück. Pinkelpause beendet. Und, ja. So. Wir waren gerade dabei, unsere Glaspanels ein bisschen hinzubauen. In die Fenster. Und was macht die gerade so? Solarpanels. Ein bisschen Min. Okay. Ich habe gestern in einer Folge fast ein Stack Eisen rausge-bekommen. Nice. Ja, hier ist ein riesiger Minenschacht, das ist echt krank. Okay. Ich habe auch schon Diamanten gefunden. Relativ weit oben sogar. Ist ja nice. Ja. Oh. Ähm. Da hast du herstliche Suiten. Geh wieder nach oben. Ne, ich nicht. Ich schlafe hier noch so ein bisschen rum. Wenn ich mal schon Lava habe. Ah. Alex, die nächste Nacht geht durch, okay? Äh, jo, wegen mir. Weil wir brauchen Minim, äh, Minim-Sätzen. Jo, genau. Kannst ja auch da mitfahren. Ähm, Leute, nur mit dir bescheidigt, wir sind in einer anderen Stadt, also wir sind nicht in der gleichen Stadt. Ja. Ne, echt. Ja. Achso. Achso, du meinst deine Leute. Naja, klar. Die meine Stream-Leute. Ich habe gerade gedacht, du meinst uns, deswegen. Ne, ne. Gerade bei dir ein Creep explodiert. Ja. Hab einen Schlag zu viel gebraucht. Äh, zu wenig. Ja. Mann, ärgert mich das jetzt, dass ich diesen scheiß Jeet-Mode anhat und so aussieht, als wenn ich geetet hätte. Naja. Ist ja nur auf dem Livestream so, ne? Da kann man eher sogar selber sehen. Sogar live dabei sein, falls man geetet hätte. Ne, ne. Es ist nur eine Aufnahme, die ich hochgeladen habe, so. Achso. Achso, achso, achso. Warte mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. User left your channel. Jetzt sind wir wieder alleine. Ja. Alter, dass sie jetzt schon hier, ähm, viel haben. Das ist übel. Meinst du die? Ja, die haben schon Solar Pendels. Kümmern uns noch gar nicht um die Solar Pendels. Alter. Weil wir nur noch zu wenig Redstone haben. Ah ja, ich muss noch die, ähm, hier. Ja, generell einfach. Wir haben generell viel zu wenig Sachen als die. Weil die die ganze Zeit Livestream und wir keine Möglichkeit dazu haben. Deswegen sind die ja eigentlich. Ja. Ein Vorteil. Ein Vorteil, ja. Aber ich guck mal bald, äh, Livestream wie vielleicht auch mal. Ja. Dann regelt sich das alles wieder. Ja. Ja, vielleicht nur. Ja, mal gucken. Gutes wird dunkel, das ist gut. Aber dann Livestream wir nicht um eine halbe Stunde, sondern um zwei Stunden. Wir haben ja zwei Stunden in der Woche zum Streamen. Ist ja erlaubt bei uns, glaub ich, ne? Waren noch zwei Stunden, oder? Ja. Ja. Ja, und... Ich hab's sowieso was richtig geiles vor. Werden wir wahrscheinlich dann auch nicht alleine. Ne, Livestream machen wir dann mit dem Dingster. Mit Ajox. Also nur, wenn er will. Ja, klar. Moment, ist ja bei der Schule, die ganzen Schulstress wieder. Ja, die Arbeiten. Die erste Zauberung habe ich schon mal. Also du brauchst Redstone. Redstone brauche ich auch, ja. Ja, gut. Dann konzentriere ich mich mal ein bisschen auf Redstone bei der Folge hier. Hab ja schon wieder 28 Eisen, deswegen. Aber du brauchst ja hier, ähm, dafür die Eisenspitzacke. Redstone braucht man Eisenspitzacke? Ja. Ja. Dann bringt die mir mal bitte runter. Wusste ich nicht. Vielleicht, was braucht man denn für deinen Nahrutschiff? Ich fahre normalerweise immer mit Eisenspitzacke, also. Ja, gleich. Was? Wem redest du? Hier. Achso, mit mir. Hier noch kurz was. Weil ich runterkomme. Eisenspitzacke. Ich fahre. Ich fahre mich hier die ganze Zeit. Ich fahre, glaube ich, hier im Kreis. Ja. Ja. Wie man grad sieht, bei Melex nicht mehr. Ich hab meine Grafikkarte bisschen, wie soll man sagen? Geld. Ja. Ja. Das, die maximale Leistung aus meiner Grafikkarte rausgeholt. Sagen wir mal so. Ja. Ich hab grad Zombie, verdammt. Ich hab auch nix gespawnt. Ach, es ist grad nachts, oder was? Ja. Ich komm nach oben. Ich wollte ja mitmachen, deswegen. Ich hab nur den Weg, ja, hier ist der Weg raus. Alter, wir müssen auf jeden Fall, wir bauen unser Haus auf jeden Fall aus Marble. Warum? Es sieht geil aus. Erst dann müssen wir gucken, wie wir die ganzen Sachen überhaupt herbekommen. Marble kriegt man hier locker her, wir haben übelst wie Marble bei uns. Ja, ich mach jetzt generell. Die anderen sind schon um einiges weiter als wir, weil wir Livestream. Deswegen ist nicht so gut. Warum hast du schon so gutes Schwert? Kein gutes. Besser als mein Schwert. Eisenschwert. Nein, das Schwert leuchtet. Das ist blau, das Schwert. Lila. Ja, lila. Ist aber kein Eisen. Kein Eisenschwert, das ist ein Trouble. Kann ich aber auch machen für dich. So viel haben wir noch. Ja, mach doch mal. Minium Stone, Alter. Wie hätte man jetzt Minium Stone bekommen? Hast du einen? Ich weiß doch nicht mehr, wie die aussehen. Rote, artige, herzartige Teile. Nee, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Hm. Boah, wie schnell das Essen einfach weggeht hier. Auch richtig krass. Pass auf, vorne den Creeper. Boah. Junge, geh mal nach rechts, Alter. Das sind übelst viele Zombies auf der Map. Alter, wie viele Schläge brauchst du denn für diesen Creeper? Hab einen, weitere Minium Stone. Wir bauen noch einen. Dann können wir was machen? Ähm, dann können wir locker aus Eisen Dias herstellen. Wie schnell geht das mit den Dias herstellen? Aus Eisen? Braucht man schon ein paar Eisen, mal so gesagt. Alter. Ups, hab dich grad drauf gesehen geschlagen. Habe ich bemerkt. Wieder eins bekommen, ne? Jo. Das ist dann weg hier. Nein. Ich glaube auch, was zum Fett. Nein, ich glaube auch so eins bekommen. Ja. Und jetzt war ein Zombie-Kopf. Schade. Ähnlich kommt Zombie-Kopf. Ich mein Gehirn. Ein bisschen Gehirn für uns. Oh, wow. Komm, lass schlafen. Nein, ich will noch so ein Bekerl bekommen. Nein, Junge. Du brauchst davon acht Stück. Und wie viel hast du denn? Ich hab acht. Also man braucht insgesamt nur acht Stück, oder was? Acht Stück, um so ein Teil herzustellen. Und dann brauchen wir noch Eisen, Stone und so ein anderes Teil. Habe ich aber schon alles gemacht. Wir müssen nur noch Eisen-Farm gehen, ne? Eisen haben wir noch genießen. Ja, ich hab hier noch 28. Schreib du, Mann. Na, ich schreib nicht. Ah, der sieht schon, wie wir schlafen gehen. Ja. Äh. Ein Enderman ist auch schon fast im Arsch. Bei mir? Noch nicht. Bei der Enderman, nee, jetzt kann ich nicht pennen. Dann steht er den Grad. Jo, bin im Bett. Mein Gehirn. Mein Gehirn. Äh. Mein Ehebett, nicht mein Ehe-Pad. Ich hab kein Pad. Kein Tier. Ich tue mal in der ganzen Eisen hier ein bisschen verbrennen. Hm, lass, wir machen gleich immer einen Macy Rater und so. Hä, warum? Können wir das verdoppeln? Wir machen jetzt langsam Maschinen. Wir dürfen nicht verdoppeln. Wir dürfen nicht verdoppeln. Nein, da kann man Eisen und so. Äh, Macy Raten und dadurch kriegt man dann zwei Eisen. Aber es ist eigentlich gar kein verdoppeln, ne? Ja, das ist kein verdoppeln, ne? Ja, das ist kein verdoppeln, das macht der Alex auch. Weil er weißt du das? Er ist doch gerade gesagt. Echt? Ja. Das darf ich nicht zugehört. Ja. Ja. So, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Frag mal Alex, weil er wollte ja auch nach 15 Minuten. Äh, was ist das hier oben? Was? Nitor habe ich jetzt bekommen. Ja, tu das wieder hin, das habe ich gemacht. Echt? Schauberei. Wo kann ich das? Hier. Boah, wenn man 6 Grad. Alter. Aber wozu brauchst du das? Licht. Solches Eisen. Da macht es mal ganz kurz, dass ich Eisen verdoppeln kann. Oder ich fahre mit übel zu langsam, um Macy Raider zu bekommen. Unter der Deutschland ein bisschen Kohle-Farm. Dann machen wir zuerst mal einen Generator. Chart of Minium heißt das, ne? Haben wir schon Tin? Tin? Ja. Tin. Tin, ja. Kannst du mir gerade noch kurz eine Eisenspitzacke machen? Ah, mach ich mir gerade selber, wenn wir hier reisen. Hab ich schon. Dann noch eine. Ich habe noch eine. Ja gut, dann gib mir eine. Dann farm ich jetzt noch ein bisschen Tin und so. Bei dir. Oder wie viel Tin? Wir haben noch Tin oder nicht. Ja, 11 Tin. Wie Tin brauchen wir? Wie viele? Vier. Vier. Und egal, ich gehe mal los. Trotzdem hast du ein bisschen Farm. Weiß. Kohle zum Beispiel Farm. In den Kohle brauchen wir so ein bisschen, ne? Wir haben kaum noch Kohle. Mit Doppel-O. Wie lange noch? Okay, wer kann den haben wieder? Kapper hin? Noch sieben Minuten. Dann ist es seine Schuld, wenn die Folge etwas länger wird. Ja. Dann kann der uns nicht anmeckern. Das ist seine Schuld, wenn die Folge etwas länger wird. Boah, mein Schwert ist fast kaputt. Hier ist mein Diamant. Das könnt ihr ja gar nicht sehen, ich hab das ja... Der hat die Suite nicht aufgenommen, bei der letzten Folge. Alter, warum kann ich denn nicht raus? Leuch, ich komm grad auf so eine Wasserstelle nicht raus. Die Villager-Leute gehen mir so auf, Sack, Alter. Die müssen wir mal alle töten, ne? Ja. Später mal. Die pissen mich auch übelst an. Am Weg, Alter. Man kann ja nicht mal was vernünftiges holen mit denen, ne? Also wir handeln mit denen. Die wollen ja so Schrott anbieten, was kein Aussprach. Ja, Watson klappt wirklich nur mit einer Eisenspitzhacke. Da haben wir schon Obsidian. Die Dias-Spitzhacke. Ja, da muss ich mal die Dias abmachen, ne? Machen wir so eine Dias-Spitzhacke, dann holen wir jetzt Obsidian ein bisschen. Wir brauchen doch Dings da. Um uns Dings da zu machen, was ist denn nochmal? Äh, ein Changement-Table. Also Verzauberungstisch. Ja. Oh, Alter, was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Hängt das bei dir auch übelst im Moment? Ach, da liegt das nicht an mir. Hm. Jupp, das liegt nicht an mir. Boah, ist das ja im Server dann. Was macht der Alex denn da nur? Oh, Alex ist bei dir auch grad so übelst, Thomas. Noch immer? Ja. Alter. Widermann. Hm? Ach, der Alex da. Soll ich mal fragen? Ja. Mach du mal grad. Kann ich nicht. Ich bin da grad am Kämpfen. Oh, gerade was. Ich bin da grad am Kämpfen. Oh, gerade was. Und jetzt schreibt nichts dann, ja. Ja, als ob der grad nichts macht. Ja, als ob der grad nichts macht. Ja, als ob der grad nichts macht. Warum kommst du hier runter? Ah, der so. Ich bin da gerade am Kämpfen. Ich bin da auch am Kämpfen. Ich bin da nur am Kämpfen. ja da hat geschrieben ist unsere folge gerade um ist macht sie noch ganz kurz ganz kurz ja was ein bisschen abbauen wir haben jetzt schon mal ein generator ja schon mal etwas was ich mache noch diese komisches eisen hier weg und dann ist dieses oft haben sofort beendet so leute das war's mit der folge und bis zum nächsten mal tschüss